Ganz herzlichen Dank, es ist für mich eine große Freude, wieder in Nordrhein-Westfalen sein zu dürfen, zu Ihnen sprechen zu können. Ganz herzlichen Dank an die Landtagsfraktion, an die Mitglieder des Landtags und an die Mitarbeiter, die das heute möglich gemacht haben. Ich weiß, was es bedeutet, so ein Ereignis zu organisieren, auch von allen aus dem Kreisverband hier, die da mitgearbeitet haben. Aber natürlich auch ganz herzlichen Dank an alle, die heute ihr Interesse bekunden und uns zuhören. Nicht nur die Parteimitglieder, sondern natürlich noch mehr, die einfach Interesse haben an Positionen der AfD. Guten Abend, Leverkusen! Meine Damen und Herren, die innenpolitische Lage Deutschlands, die entwickelt sich ja seit Frau Merkels Fehlentscheidung im September 2015 immer mehr in Richtung einer gesellschaftlichen und nationalen Katastrophe. Versagen des Rechtsstaats, Misere in der Bildung, die Katastrophe im Schulzimmer und auf dem Pausenhof, kulturelle Verwerfungen, steigende Milliardenkosten für die Bewältigung der Migration, Wohnungsnot. Wohin man blickt, eine gefährliche Abwärtsspirale, die sich ständig weiter beschleunigt, die Euro-Rettungskosten oder ein Blick gar auf die Zahlen der Demografie zeigt, dass kein Jahr mehr zu verlieren ist. Soll Deutschland noch irgendwie als das Land erkennbar bleiben, das das deutsche Volk über Jahrhunderte hier aufgebaut hat? Eine Steigerung dieser Tendenz nun sehen wir mit dem von Frau Merkel unterzeichneten globalen Migrationspakt entgegen. Und dessen Umsetzung zeichnet sich ja jetzt bereits in einer beginnenden Bevölkerungsschleusung von Afrika nach Europa, sprich Deutschland, ab. Dem darauf hinzuweisen, was dort tatsächlich vorgeht, ist eine wichtige Aufgabe der Innenpolitik. Ganz konkret betrifft uns alle diese Entwicklung und ihre Auswirkungen immer wieder in schon gefährlichem Ausmaße bei der Lage der inneren Sicherheit in Deutschland. Deshalb möchte ich beginnen mit einigen Momentaufnahmen der gegenwärtigen Situationen, die ich mit Ihnen betrachten will. Sie mögen zunächst mal für sich sprechen. Berlin-Wedding. Nach einem riskanten Ausparkmanöver sprechen zwei Polizisten den Fahrer des Wagens an. Der beleidigt die Beamten, greift sie an. Ein weiterer Fahrzeuginsasser attackiert den Polizisten von hinten. Beide schlagen mit Fäusten auf ihn ein. Er geht zu Boden. Sie treten weiter auf ihn ein. Eine Frau im Auto geht auf die Polizistin los, attackiert sie mit Faustschlägen im Gesicht. Die Mutter der Angreifer stößt hinzu, filmt den Vorfall. Die Gewerkschaft der Polizei erklärte anschließend, wer Menschen hinterhältig angreift auf einen am Boden liegenden Eintritt, erst von ihm ablässt, wenn er in den Lauf einer Waffe blickt, ist bereit zu töten und eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Szenenwechsel. Die Polizei wird zu einer ruhenden Störung in ein Ankerzentrum im Kreis Deggendorf gerufen. 30 Nigerianer stellen sich der Polizei in den Weg, attackieren sie. Die Beamten werden bespuckt, mit Gegenständen beworfen, mit Stangen traktiert. Die Nigerianer blockieren den Fluchtweg des Polizeifahrzeugs. Es sind nur wenige Beamten vor Ort. Sie verbarrikadieren das Tor mit Steinen, Kabeltrommeln, sperren es mit Fahrradschlössern ab, gehen aggressiv gegen die Beamten vor. Denen gelingt noch die Flucht über einen Bauzaun. Fünf tragen Schnittverletzungen davon, Verletzungen der Rippen, der Augen. Vier werden im Krankenhaus behandelt. Szenenwechsel. Der Mörder von Susanna vor Gericht. Wieder Messermörder von Chemnitz, ein abgelehnter Asylbewerber. Er sagt, ja, er habe Scheiße gebaut. Er habe jetzt aber auch zu wenig Zigaretten, zu wenig Fernsehprogramme, keinen Urlaub. Er habe doch nur ein Mädchen tot gemacht. Alle Mädchen in Wiesbaden seien Schlampen. Was ihm an Deutschland gefalle, dass man hier ohne zu arbeiten Geld bekomme. Sex haben kann ohne Familienrache. Alkohol trinken kann mit Drogen handeln. Die Mutter der Toten klagt Frau Merkel in einem offenen Brief an, dass das Blut ihrer Tochter auch an ihren Händen, an denen der Kanzlerin klebe aufgrund ihrer verfehlten Politik. Facebook löscht den Post. Er verstoße gegen die Hatespeech-Richtlinien. Szenenwechsel. Berlin, S-Bahn. Ein Fahrgast fordert Hussein Y-Punkt auf, die Füße mal doch bitte vom Sitz zu nehmen. Der reagiert prompt, attackiert ihn mit einem Messer, verletzt ihn am Bein, an der Hand. Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung. Sechs Monate. Jugendstrafe auf Bewährung. Es passiert gar nichts. Er geht wieder heraus. Er hat jetzt gelernt, wenn ich sofort zusteche, passiert mir nichts. Szenenwechsel. In Offenburg wird ein Rentner von einem 25-jährigen somalischen Flüchtling unter Allahu Akbar rufen, halbtot geprügelt. Er muss jetzt als Pflegefall rund um die Uhr betreut werden. Die Söhne verklagen jetzt Deutschland auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, weil, Zitat, Deutschland diese Gewalt wegen der Migrationspolitik mit zu verantworten hat. Warten wir ab, was daraus wird. Und ein letztes Streiflicht wegen völliger Überforderung der Ordnungskräfte steigt seit fünf Jahren. Die Zahl nicht vollstreckter Haftbefehler ständig weiter an. Fast 186.000 Straftäter werden besucht. Das mal als ein erster Blick auf die Lage. Wie begegnet man der Kriminalität? Hat es vielleicht etwas mit Entschlossenheit und dem Willen zum Umsteuern zu tun? Schauen wir mal nach Italien. In Italien sank mit Innenminister Salvini die Kriminalitätsrate zwischen 2018 und 2019 um 15%. Die Zahl der Morde um 12%. Die der versuchten Morde um 16%. Die der Vergewaltigungen um 32%. Die der Raubüberfälle um 21%. Jetzt mal ein Blick nach Deutschland. Das BKA-Lagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung zeigt, dass Deutsche deutlich häufiger Opfer einer schweren Straftat eines Zuwanderers werden als umgekehrt. Es geht hier um Mord, Totschlag, Körperverletzung, Sexualstraftaten. Unter den über 100.000 Opfern von Straftaten von Zuwanderern handelt es sich fast um die Hälfte, bei 46.000 um Deutsche. Die Anzahl bei Mord und Totschlag an Deutschen durch Zuwanderer stieg gegenüber 2017 um über 100%. Mit 230 Opfern, darunter 100, wie man sagt, vollendete Taten. Das heißt, es handelt sich hier um einen Mordversuch. Die Leute sind jetzt tot. Demgegenüber werden 33 Migranten Opfer durch eine entsprechende Straftat eines Deutschen, Opfer einer vollendeten Tat. Die durch Ausländer verübten Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung steigen um 16% auf über 4.000 Fälle im Jahr 2018. Die Zahl der Körperverletzungen auf 55.000. Und vielleicht noch eine letzte Zahl. Der Anteil von Ausländern im Strafvollzug beträgt in Hamburg 61%. In Berlin und Baden-Württemberg um die 50%. In Bayern und Hessen um die 45%. Wie ist das zu bewältigen? Richter und Staatsanwälte, sie klagen über eine immer schlechtere Ausstattung und immer schlechtere Arbeitsbedingungen. Zu wenig Personal, veraltete Technik, Aktenstau. In einer Umfrage haben jetzt 81% gesagt, die personelle Ausstattung ist schlecht. In Berlin 91%. Kürzlich kam ein Angeklagter. Vorwurf, Kindesmissbrauch in 51 Fällen. Aus der U-Haft frei. Das Landgericht schaffte es nicht, den Prozess fristgemäß zu eröffnen. Der läuft jetzt wieder rum. Kindesmissbrauch in 51 Fällen. Das ist Deutschland im Jahre 2018-19. Da stehen wir. Und meine Damen und Herren, angekündigte Haushaltsmilliarden, um dort der Lage der inneren Sicherheit aufzuhelfen. Sie beheben natürlich nicht den Notstand. Geld, ja, Geld wird hemmungslos gedruckt. Wir erleben es in der verantwortungslosen Finanzpolitik in Brüssel bei Mario Draghi oder der EZB. Aber ausgebildete Menschen, Polizisten, Richter, Lehrer, die lassen sich nicht einfach aus dem Boden stampfen. Und wie geht es dann weiter, wenn man mal dieser Straftäter habhaft geworden ist? Der Vize-Chef des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, er sagt, die Hemmschwelle für Gewalt ist jetzt dramatisch gesunken. Insbesondere ausländische Straftäter attackieren das Personal in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Ende des Zitats. Fast ein Drittel der Opfer waren nach den Taten zeitweise arbeitsunfähig. Das sind die, die man geschnappt hat. Ja, wie soll das weitergehen? Nun, wie geht es weiter? An mancherorts ist man schon weiter. Schauen wir mal in das große Gesellschaftsexperimentallabor Schweden. Die sind uns da in Fragen des Verlustes der inneren Sicherheit immer ein paar Jahre voraus. Da kann man also schon mal einen Blick auf Deutschlands nahe Zukunft werfen. Malmö wird jetzt von migrantischen Jugendbanden heimgesucht. Was tut die Stadt? Die Stadt gibt dazu einen Ratgeber heraus. Mit dem Titel, persönliche Sicherheit, Tipps und Ratschläge, wie du, ich werde also von meiner Stadt geduzt, wie du gefährliche Situationen verhindern kannst. Mit Hinweisen wie, plane deinen Fahrweg, bereite alternative Routen vor. Nutze nicht jeden Tag den gleichen Fahrweg. Nimm andere Eingänge in das Betriebsgebäude. Meine Damen und Herren, das scheint mir eine recht bezeichnende Haltung zu sein. Die Lösung der Probleme wird beim Bürger abgeladen. Stichwort Armlängeabstand, man kennt das. Das ist genau die Art und Weise, man ist nicht bereit, einmal zu realisieren, welche Faktoren die Lage, die Sicherheitslage immer weiter verschlechtert haben. Man ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen für eine verfehlte Politik. Man überlässt die Sicherung dem Bürger selbst. Dabei hat dieser Bürger im virtuellen Gesellschaftsvertrag dem Staat das Gewaltmonopol übertragen, auf das er für Sicherheit sorge. Dann möge er es doch bitte auch tun. Er tut es aber nicht. Wir als AfD stehen dafür, dass der Staat mit seinem Gewaltmonopol, seinem Auftrag endlich wieder nachkommt. Treten wir einen Schritt zurück. Die Sicherheitskräfte sind mit vielfältigen Aufgaben gebunden. Die Anzahl der Straftaten nimmt zu. Woher kommen also viele dieser Probleme, die in den letzten Jahren sich so zugespitzt haben? Viele Straftaten, das zeigen die Statistiken, gehen auf die Zunahme fremdkultureller Zuwanderung zurück. Schauen wir zunächst auf diese Problematik und verfolgen wir einmal die Schritte auf dem Weg der illegalen Migration. 52 Prozent der Menschen zwischen 18 und 29 Jahren im arabischen Raum wollen auswandern. Rund 53 Millionen Menschen aus dem Sudan, Jordanien, Marokko, dem Irak, mehrere Millionen, meist Moslems, warten aktuell in syrischen Lagern auf ihre Umsiedlung nach Europa. Das heißt, ja, Deutschland. Bei der illegalen Zuwanderung ist Deutschland in der Tat Spitzenreiter. Es ist das Land, in dem weltweit die meisten anerkannten Flüchtlinge leben. Nämlich über eine Million lag Deutschland 2014 noch auf einem beschämenden 18. Platz, kletterte es nun auf Platz 5. Es ist das einzige westliche Industrieland unter den Top Ten der Aufnahmeländer. Erst auf Rang 15 folgt ihm Frankreich nach Platz 17 USA, 22 Schweden. Im siebten Jahr in Folge hat Deutschland so viele Menschen wie kein anderes europäisches Land Asyl gewährt. Das Ganze wird jetzt, etwa auf der Mittelmeerroute, wir erleben das praktisch täglich, generalstabsmäßig durchgezogen. Luftüberwachungsbilder zeigen, wie ein Fischkutter ein leeres Holzboot hinter sich herzieht. Unweit der Insel Lampedusa steigen dann 80 Flüchtlinge vom Fischkutter in das Holzboot um und fahren weiter gegen Lampedusa. Die Lüge des Rettungsbedarfs wird hergestellt. Der Shuttle-Betrieg für die Betrüger kann losgehen. Wo das Ganze endet, kennen wir von unserem Innenminister. Deutschland ist bereit, alle zu nehmen. Die zweimal 20, das scheint wie eine kleine Zahl zu klingen, die er da jetzt von den verschiedenen Schiffen aufnehmen will, sind schon das Doppelte von dem, was seine Rücknahmeabkommen an Rückführungen an der Grenze erbracht haben. Das sind die Leistungen von Herrn Seehofer. Derzeit werden täglich 500 neue Migranten registriert. Zwei Drittel davon reisen über die Türkei und Bulgarien nach Deutschland ein. Das ist der Landweg, gleich noch Näheres dazu. Den Seeweg hatten wir gerade. Ein Drittel der Zuwanderung erfolgt via Flugzeug. Das hat eine kleine Anfrage meines Kollegen Holm aus der Bundestagsfraktion ergeben. Als wir die aktuellen Zahlen erfragen wollten, wurde seitens der Regierung mitgeteilt, das sei eine geheime Verschlusssache. Ich vermute mal, seinerzeit der Minister de Maizière hätte gesagt, wenn ich mehr sagen würde, würde sie das beunruhigen. Wie macht man dann das per Flugzeug? Man muss nur den Anflug eines kleineren Flughafens, die Einreisenkontrollen umgehen. Und die derzeitige sogenannte Schutzquote, das ist der Anteil der positiven Asylentscheidungen, der liegt unter 30 Prozent. Heißt das dann, dass 70 Prozent gehen? Nein, es bleiben fast alle. Sie sind abgelehnt worden. Sie bleiben trotzdem. Außerdem ist Deutschland wahnsinnig geworden. Hier, meine Damen und Herren, müssen wir umsteuern. Wir müssen endlich wieder diesen Staat auf die Grundlagen rechtsstaatlicher Prinzipien stellen. Sonst geht es niemals weiter. Seeweg, Luftweg. Wir waren beim Landweg. Wie geht es weiter auf dem Landweg? Der nächste Schritt. Kreditkarten an Illegale. Ein festgenommener Syrer verfügte über eine anonyme Kreditkarte. Diese wurde monatlich mit 500 Euro aufgeladen. Die Europäische Kommission, das ist dieser Laden, der jetzt gerade mit den Hinterzimmerabsprachen wieder neu bestückt wird, gab zu, dass die UN und die EU diese Karten an jene Migranten verteilt haben, die das Gebiet der EU erreicht hatten. Solche Karten gab es alleine im Januar rund 64.000. Der Chefsicherheitsberater des ungarischen Premiers erklärte, dass über zwei Millionen Migranten anonyme EC-Karten erhalten haben und den Gegenwert von anderthalb Milliarden Euro auf diese Weise bereits ausgegeben haben. UNHCR berichtet auf ihrer Website über die Ausgabe gefüllter Kreditkarten an sogenannte Flüchtlinge, etwa in Griechenland, wie ein Sprecher ausführte, hören Sie bitte, werden derartige Karten auch direkt in Botswana, Sudan, Mexiko, Türkei, Libanon, Syrien verteilt. Die finanziellen Mittel dafür stammen aus dem Fonds für Asyl, Migration und Integration. Die verfehlte Politik der UN finanziert das. Die finanzieren die Vermehrung unserer Probleme hier vor Ort. Auch die EU hängt damit drin. Wir sagen Schluss damit. Weiter begleiten wir unseren illegalen Freund weiter. Sind die Illegalen erst einmal mit unserem Geld, Kreditkarten, hier angelangt, dann geht es ins BAMF. Dessen Chef Sommer macht amtlich, was die AfD schon lange bemängelt. Wir hatten 2018 162.000 Asyl-Erstanträge, vergleichbar, so sagt er, einer Großstadt, die jährlich zu uns kommt. Gut ein Drittel erhalten den Schutzstatus, knapp zwei Drittel kommen ohne einen Schutzgrund zu haben. 54 Prozent legten bei Antragstellung keine Ausweisdokumente vor, obwohl sie nachweislich zu allergrößten Teilen aufgrund des rekonstruierten Reisewegs vorher mit Papieren eingereist sein müssen. Wie lange, meine Damen und Herren, frage ich Sie, wollen sich deutsche Bürger, will sich der deutsche Bürger das noch vormachen lassen? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man sich auf diese schäbige Art und Weise an der Nase herumführen lässt, betrügen lässt, die Leute ihre Papiere wegwerfen. Wir erinnern uns 2015 an die verstopften Toiletten auf der Balkanroute, die von Pässen verstopft waren. Dann andere Pässe tauchen auf. Sie wissen, dass Blanko-Druck-Siegel seinerzeit gestohlen worden sind, wo also zu Höchstpreisen entsprechende Pässe ausgestellt worden sind. Dann kann es aber abweisende Bescheide geben. Die werden natürlich nicht hingenommen. Man klagt. Wofür gibt es die Asyllobby? Der sächsische Verwaltungsrichter Künstler schlägt angesichts steigender Zahlen an Asylverfahren Alarm. Er sagt, weil selbst negative Urteile, ich ergänze in diesem Operettenstaat Deutschland, folgenlos bleiben, habe man das Gefühl, so Künstler, für den Papierkorb zu arbeiten. Wir leisten uns ein Asylsystem, so sagt er weiter, was viel Arbeit bindet bei Verwaltung, Polizei, den Gerichten und vielen anderen Bereichen. Aber es fehlt jede praktische Konsequenz. Und die Bundesregierung, was ist ihr Anteil an dieser Lage? Sie will dem Bürger die Zuwanderung schmackhaft machen, indem sie die Berechnungsweise der Zahlen manipuliert. Die Regierung will und muss den Wähler betrügen. Künftig soll für die Obergrenzenformel, Sie erinnern sich, 200.000 wurde da gesagt, 180.000, 200.000, plus minus 20.000. Die SPD hat es ja schon gesagt, wenn es mehr werden, werden es halt mehr. Für die Obergrenzenformel also sollen die hierzulande geborenen Kinder von Asylbewerbern nicht mehr mitzählen. In 2018 war das ein Fünftel der Zahl, 32.000. Genau Sie begründen die kommende Bildungskatastrophe. Ja, und wenn Sie nun einmal da sind, was wird dann eigentlich mit Ihnen? Also, zunächst laut Berlin-Institut haben 13% der volljährigen Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland kamen, nie einen Schulbesuch. Zwölf waren nur auf einer Grundschule. Bei der Berufsausbildung haben mehr als drei Viertel keine berufliche Ausbildung jemals in ihrem Heimatland absolviert. Brauchen wir eine solche Zuwanderung, meine Damen und Herren? Was bedeutet das nämlich für den deutschen Steuerzahler? Ja, 2018 hat allein der Bund, allein der Bund, der dann ein wenig zuschießt den Ländern und Kommunen, die sagen, das, was ihr da vom Bund zuschießt, deckt ein Viertel, ein Fünftel der Kosten, die wir tatsächlich vor Ort anfallen haben. Allein der Bund 23 Milliarden für die Asyl- und Flüchtlingspolitik ausgegeben. Zwei Milliarden mehr als im Vorjahr, so viel wie nie zuvor. Fast jeder zweite Arbeitslose hat ausländische Wurzeln. Bei den Aufstockern sind es 57%. Die Gruppe der leistungsberechtigten Migranten hat sich seit 2016 auf 600.000 mehr als verdoppelt. Die Zahl der arbeitslosen Deutschen ging von 2010 bis 2018 um 43% zurück. Die Zahl der ausländischen Arbeitslosen stieg im gleichen Zeitraum um 33% auf über eine halbe Million an. Das heißt, die Leute, die nie hätten hier sein dürfen, die dürfen wir dann noch bis an deren Lebensende am Leben erhalten. Soll das so weitergehen? Ist das die Art und Weise der Migrationspolitik, die wir in Deutschland gebrauchen können? Ich denke, nein. Aber was tut die Regierung? Was tut Rot-Rot-Grün? Solche Mehrheiten werden ja jetzt gesucht. Ja, in Berlin haben wir so schon. Dort gibt es die sogenannten Papierlosen. Das sind nicht etwa Altpapiersammler, sondern das sind Identitätsverweigerer, Identitätsbetrüger, Passwegwerfer. 50.000 Stück Illegale. Für die gibt es jetzt, die will man in ihrer Illegalität nicht aufstören, den anonymen Krankenschein. Vereinbart im Koalitionsvertrag. Dadurch wird die Illegalität noch schmackhafter gemacht. Eine Einladung zum Sozialmissbrauch. Wir sind ja bei Rot-Rot-Grün. Dafür werden anderthalb Millionen Steuergelder bereitgestellt. Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte sind verpflichtet, den anonymen Krankenschein zu akzeptieren. Nicht nur bei Notfällen, sondern auch bei jeder allgemeinen und zahnmedizinischen Behandlung. Die Rechnung wird geschickt an den Berliner Senat. Das ist ja alles in Ordnung. Woher hat er denn sein Geld? Ja, meine Damen und Herren, es muss heißen, die Rechnung wird geschickt an den Bürger. Wir alle zahlen diesen Wahnsinn. Und damit muss Schluss sein. Wir dürfen nicht auch noch Illegalität nicht nur dulden, sie unterstützen. Nein, sie auch noch institutionalisieren. Eine Verwaltung, die das tut, gehört abgewählt. Zurück zur Sicherheit. Zum Sicherheitsgefühl. In Wahrheit ist es doch wohl so, dass neben dem massiven Kontrollverlust des Rechtsstaats heute ein noch größerer Verlust an Sicherheit und Sicherheitsgefühl schon an vielen Stellen im Kleinen beginnt. Das ist gesellschaftlich fast noch beunruhigender. Das sind viele Einzelfänomene, die ein Gefühl der Entheimatung hinterlassen. Schauen wir also auf den tagtäglichen Dschihad im Kleinen, die Inbesitznahme des öffentlichen Raumes. Die Ereignisse im Düsseldorfer Freibad, wo 400 Nordafrikaner eine Familie umzingelt und bedroht haben, sie reihen sich nur ein in eine ganze Folge ähnlicher Vorfälle in ganz Deutschland, die vor wenigen Jahren so noch nicht denkbar waren. Massenschlägereien zwischen arabischen Großfamilien, Verkehrschaos durch türkische Hochzeitskursos, ein ostentativ im öffentlichen Raum, betriebenes islamisches Fastenbrechen oder Kampfbeten, Clankriminelle, die ganze Stadtteile beherrschen, No-Go-Areas, seine bereits auch für die Polizei. Nicht zu vergessen die massenhaften sexuellen Übergriffe seinerzeit auf der Kölner Domplatte. Nun kommen also auch noch die aggressiven Zusammenrottungen in den Freibädern hinzu, in Dortmund wie in zahlreichen weiteren Großstädten. Etwa im Berliner Stadtteil Neukölln. Da soll wie für Ordnung gesorgt werden. Was tut man? Man ruft einen Imam. Ja, es soll ein Imam als Schlicht davon, wie es heißt, Streitigkeiten zwischen jungen Männern, wer immer das sein mag, Streitigkeiten zwischen jungen Männern und Bademeistern, so ist also durch dieses permanente verbale Lügen, werden die Probleme erst einmal aus der Wahrnehmungszone transportiert. Sehr wichtig für diese Regierung zum Machterhalt, den Bürger für dumm zu verkaufen. Der soll dort also schlichten, offenbar ein Scharia-Richter leid. Bei all diesen Vorfällen geht es um die Besetzung und Vorherrschaft im öffentlichen Raum, um Einschüchterung, Macho-Gehabe, letztlich um Landnahme durch eine muslimische Minderheit auf der einen Seite und damit einhergehend einer Entheimatung einer noch deutschen Mehrheit auf der anderen Seite. Die Sicherheitsdienste sagen zu der Gewalt in den Freibädern, örtlich, da treffen halt verschiedene Kulturen und Mentalitäten aufeinander. Viele der Konflikte können wir auf Deutsch gar nicht entschärfen. Wir wissen nicht, was wir da machen sollen. Diesen Mob kriegt man nicht gebändigt. Ende des Zitats. Es reiche, heißt es weiter, ein falscher Blick, um Gewaltausbrüche auszulösen. Frauen werden von Männern umringt, begrapscht. Sie bleiben immer öfter dem Freibad fern. Auch auf dem Fußballplatz ist der Ton rauer geworden. Bei einem Amateurspiel einer Kreisliga gingen türkische Spieler auf den Schießrichter los. Der Spieler, der eine rote Karte bekam, schlägt dem Schießrichter ins Gesicht. Ein weiterer legt den Assistenten mit einem Karatesprung flach. Ein deutscher Spieler von der gegnerischen Mannschaft versucht zu helfen, wird verprügelt. Die türkischen Spieler rufen den Deutschen zu, ihr kommt hier nicht mehr lebend vom Platz. Und wir stechen euch ab. Irgendwann trifft schließlich die Polizei ein. Immer wieder sieht man sich auch ungewollt islamischen Gebräuchen ausgesetzt. Dieses Jahr treffen sich 3000 Moslems im Münchner Luitpoldpark zum Fastenbrechen. Und über Megafone und zahlreiche Mikrofone wird laut zu Allah gebetet. Eine einstweilige Krönung dabei, bitte, des deutschen Kulturbewusstseins. Es hieß, diese Muslime erwiesen der Gesellschaft damit einen Dienst. So Landesbischof Ralf Meister. Sie würden Christen daran erinnern, allzeit dankbar zu sein für die guten Gaben, die Gott uns schenkt. Für diesen Bischof sind also einmal christlicher Gott und Allah wesensgleich. Das hätte früher wohl Exkommunikation bedeutet. Und das Ganze erinnert auch ein bisschen an den guten Bischof Marx, der ja gesagt hat, für mich ist das Wort vom christlichen Abendland vor allem ausgrenzend. Dieser Bischof ist wirklich ein Spitzenkandidat für den Posten eines religiösen Gleichstellungsbeauftragten und nicht für einen Bischof. Wenn so unsere eigene Kultur verteidigt wird, dann braucht sie wahrlich keine Feinde mehr, meine Damen und Herren. So war es sicher auch ein Dienst an der Gesellschaft, als es jetzt in Köln zum Großeinsatz der Polizei kam. Zehn Männer in langen, traditionellen Gewändern, unter denen gut auch ein Sprengstoffgürtel Platz finden kann, liefen in den Kölner Hauptbahnhof und riefen laut Allah-u-Akbar. Erschreckte Passanten riefen die Polizei. Die Durchsuchte Muslime ließ sie kurze Zeit darauf wieder frei. Es zeigt aber, mit welcher bereits provokanten Auftreten Muslime den öffentlichen Raum besetzen wollen. Der Zentralrat der Muslime forderte natürlich eine Entschuldigung, spricht von einem massiven Übergriff, einem Angriff der Polizei, rassistischem Profiling. Ayman Masiek, der von niemandem ernannte Obermoslem, verurteilt das Vorgehen der Kölner Polizei. Er erwarte, dass Polizisten kulturell besser geschult und sensibilisiert werden. Er bot auch den Behörden an, mit den Kulturmittlern seines Zentralrats Fortbildungen für die Polizei zu veranstalten. Gut, dass wir Ayman Masiek haben. Meine Damen und Herren, offenbar sollen also nicht mehr Muslime sich der deutschen Gesellschaft anpassen, sondern die Deutschen sollen sich gefälligst an das offensive Auftreten der Muslime gewöhnen. Alles andere sei ja wohl Rassismus. Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt in diesem Land nicht mehr. Das gesellschaftliche Einknicken vor dem Islam läuft aller Orten. Schulen verschieben Schulfeste, wegen Ramadan. Eine katholische Kita verzichtet wegen muslimischer Familien aufs Grillen. Ein Gymnasium in Bautzen weist Schülerinnen vom Besuch eines Asylheims, ein wichtiger Unterrichtsinhalt, an. Doch bitte ausschnittfreie T-Shirts und lange Hosen zu tragen. Es ist immerhin Ramadan. Und der CDU-Bürgermeister Olaf Tauras von Neumünster in Schleswig-Holstein lädt 400 Muslime zum Fastenbrechen ins Rathaus, kündigt an, dass er aus Solidarität mitfasten werde. Meine Damen und Herren, manchmal muss man dann auf die Stimmen aus dem Lager der Muslime selbst hören. Zairan Atesch warnt, wenn in der Islampolitik nicht bald eine Kehrtwende stattfinde, werde man eines Morgens, so sagt sie wörtlich, in einem anderen Land aufwachen, wo der politische Islam seine Vormachtstellung auf breite Schichten der Bevölkerung ausgeweitet hat und mit seinem Stimmgewicht Wahlen entscheidet. Wir können ja mal überlegen, in welchem Bundesland das als erstes passieren wird. Deutschland habe, sagt sie weiter, aus Angst davor, für sich und seine Werte einzustehen, eine ganze Generation groß werden lassen, die nicht bereit ist, den Geist des Grundgesetzes zu leben und weit mehr ihren Daseitszweck bezieht aus radikalen Predigten von Gebetshäusern, die vom Ausland finanziert werden, reaktionärer Moscheen, weit mehr als aus dem Geist der Aufklärung. Ein Wegschauen angesichts des Vormarschs dieser anti-aufklärerischen Gesinnungen werde, so sagt sie, uns unsere Freiheit kosten. Jeden Tag nur ein Stückchen mehr, aber irgendwann absolut. So Zairan Atesch, sie muss in Deutschland unter Polizeischutz leben. Wer so die Lage nüchtern analysiert, ist es so ein Zustand, zu dem sich unser Land entwickeln soll, leistet irgendeine politische Kraft hier noch Widerstand? Ja, eine und ihre Stimme, die Stimme der AfD, muss noch vernehmlicher gehört werden, meine Damen und Herren. So müsste es sein, was aber geschieht. Stattdessen wird in Köln mit öffentlichem Geld eine Ausstellung über die Verhöhlung der Frau finanziert. Da können Besucher sich endlich schon einmal selbst vollverschleiern. Die Veranstalter betonen, die Anprobe des Niqab mithilfe der Protagonistinnen schaffen eine besondere Art der Begegnung. Sie ermöglichen Ängste oder Vorurteile gegenüber der Vollverschleierung zu hinterfragen. Meine Damen und Herren, das ist ein Hohn und zwar ein blutiger Hohn. In islamischen Ländern, bekannt geworden jüngst im Iran, ist das für Frauen eine Frage von Leben und Tod beziehungsweise schwersten Strafen. Und hier machen diese Bundmenschen ihre Multikulti-Spielchen. Das ist eine Verhöhnung der Frau. Nichts anderes, meine Damen und Herren. Und in Berlin, was immer für solche Fragen ähnlich wie Ihr Bundesland ein Fieberthermometer der Republik ist, in Berlin warnt die Frauenbeauftragte ganz explizit, Zwangsverheiratungen sind keine Einzelfälle. Jedes Jahr bleiben nach den Sommerferien plötzlich Plätze im Klassenzimmer frei, wo dann nach Papas Handel die Tochter zur lebenslangen Dauervergewaltigung verkauft worden ist. So muss man das hier nennen. Zwangsverheiratung ist ein beschönigendes Wort. Wollen wir das weiter, dass das vor unser aller Augen passiert, wollen wir das weiter dulden? Wir als AfD stehen für eine Rückkehr zu einer deutschen Kultur der Rechtsstaatlichkeit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, zum Abschluss ein paar andere Bemerkungen. Die langfristige Auseinandersetzung mit den hier angesprochenen großen Problembereichen wird ja doch täglich überlagert von den sich überstürzenden Veränderungen in der Tagespolitik. Auch auf sie müssen wir tagtäglich, ja stündlich reagieren, sei es in Europa, sei es im innerdeutschen Parteienkampf. So wird jetzt etwa nach dem Mord an Walter Lübcke ein ständiges Wehret den Anfängen, ein beliebtes Anti-Nazi-Framing im Kampf gegen Rechts. Zum Vorwand, die legitime, ja zwingend erforderte Kritik am Versagen der Regierung zu diffamieren als Hate-Speech und dergleichen mehr. Man will also die streng sachkritische Sprache der AfD umdeuten, wie es auch neulich von Mitgliedern der Altparteien im Bundestag geschah, zu einem Nährboden für rechten Hass. Da könnte ja jemand durch Aufzeigen von Verfehlungen der Regierung, ureigenste Aufgabe der Opposition, plötzlich eine schlechtere Meinung von der Regierung bekommen. Also nein, nirgends wird das deutlicher als in den öffentlich-rechtlichen Medien. Die konsequente Unterrepräsentation der AfD dort ist ja ein offenkundiger Skandal, insbesondere in den als kostenlose Wahlkampf-Arenen fungierenden Talkshows. Wird dann doch mal jemand eingeladen, neulich Uwe Junge zum Fall Lübcke, so wird dann herumgejammert, dass es nicht gelingt, die AfD zu stellen. Ja, dass ihr eine Bühne geboten wird, ja unerhört. Es kommt eine demokratische Partei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, kommt zu Worte. Die verräterische Redaktion der ARD auf Twitter dazu, ich zitiere, Die Redaktionen der Talksendungen bemühen sich, insbesondere AfD-Vertreterinnen, kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-Politikerinnen selbst zu Worte kommen zu lassen. Ja, also ohne großes Gender, Mittel-I geht da gar nichts. Dies widerspricht natürlich explizit dem Rundfunkstaatsvertrag, wo es heißt, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgebogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Das zeigt nur, dieses ganze Staatsfunk- und Indoktrinationssystem gehört entweder augenblicklich reformiert oder weg, insbesondere bei einer Zwangsabgabe. Und wie schlagen sich die Helden unserer GroKo? AKK antwortete im Sommerinterview nach Stationierung deutscher Truppen in Syrien befragt, Wir sind im Mandat. Auch wenn ein Bodeneinsatz ein großer Sprung sei, gehe es auch um unsere eigene Sicherheit. Sie ist sich also gar nicht sicher, ob Deutschland nicht vielleicht völkerrechtswidrig ohne UN-Mandat Besatzungsmacht in Syrien werden soll, um den Hilfssheriff zu spielen für die in die Sackgasse geratene Politik der USA. Inzwischen, Merkel regiert ja nach Wahlumfragen und irgendwie hat Angst davor, dass die GroKo zerbricht, ist das zurückgepfiffen worden. Aber bei AKK war es so, dass bis zum Ergebnis, vermute ich, doch irgendwelcher Werkstattgespräche und Expertenkommissionen herumgeeiert wird. Vielleicht sollte einfach ihre Experten sich mal mit den Beratern von Frau van der Leyen kurzschließen, ob Material und technische Ausrüstung der Bundeswehr denn überhaupt einsatzfähig wären. Aber Stichwort Syrien, während inzwischen die Millionenstadt Aleppo weitgehend leer steht, versucht die deutsche Regierung, die 780.000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in den deutschen Wohnungsmarkt zu pressen und stellt auf einmal fest, dass wir eine Million zu wenige Wohnungen haben und ist bas erstaunt, wenn die Mieten steigen. Und eine weitere Fehlleistung jetzt der Regierung, eine nicht legitimierte von der Leyen soll nun Manfred Weber ersetzen, der war Herrn Macron nicht angenehm. In der neuen Paketlösung soll die Französin Lagarde den deutschen kompetenten EZB-Fachmann Jens Weidmann aus dem Rennen werfen. Was nämlich Draghi für Italien war, soll bitteschön Lagarde für Frankreich sein, Geld zu Macrons Bedingungen. So sehen die Herren Europa, wenn Herr Macron Europa sagt, meint er Frankreich und er sieht in Deutschland vor allem den Nettozahler. Und ein letzter Blick auf, wir sollen ja auch ein Herz für Notleidende haben, also noch ein Blick auf die SPD. Was will uns die SPD dieser Tage lehren? Sie macht einen öffentlichen Grundkurs auf zum Thema schöner Sterben für Altparteien, effektiver Sterben. Sie kann eine Stimme der Wahrheit wie Sarrazin nicht mehr in ihren Reihen dulden. Das sagt mir, dass sie bald implodieren wird, aber es wird jetzt noch ein Insolvenzverwalter gesucht. Und da scheinen die bisherigen Erfolge der Parteiführung den Eindruck erweckt zu haben, das kann ich auch. So, dass sich jetzt jeder berufen sieht, die Partei zu führen. Neben uralt Bekannten wie Gesine Schwan und der allzu neuen Franziska Giffey, die mit ihrer zusammengeflickten Doktorarbeit hadert, wirft jetzt der Staatsminister für Europa Fragen Michael Roth seinen Hut in den Ring. In einem Interview macht er der SPD Mut. Die SPD sei erschöpft. Sie hege Sehnsucht nach der Opposition. Ein mögliches Szenario sei Juniorpartner der Grünen. Für so viel Demut und fehlende Profilierung soll dann anstelle neuer Ideen eine Verschiebung nach links für frischen Wind sorgen. Falls die Bevölkerung nicht mitgeht, wird man über den Rechtsruck jammern. So werden von Roth jetzt die Vereinigten Staaten von Europa als Forderung aus der Mottenkiste geholt. Und ein EU-Pass soll eine emotionale Verbindung, oh du mein Pass, zu Europa schaffen und gleichzeitig wohl die zu den Nationalstaaten abschaffen. Denn den deutschen Pass, meine Damen und Herren, soll es nach den Willen dieses SPD-Parteiführungskandidaten nicht mehr geben. Das ist der SPD-Kandidat Michael Roth. Als AfD können wir nur hoffen, dass so klare Ansagen der Deutschlandfeinde innerhalb der SPD mehrheitsfähig werden. Denn dann dürfen wir uns getrost auf einen heftigen Zulauf von Ex-SPD-Wählern gefasst machen. Steht doch die AfD für die Existenz eines selbstbewussten deutschen Nationalstaats. Ein allerletzter Gedanke, liebe Freunde, gönnen wir uns nach dieser Sicht auf nur einige der schweren Probleme, deren Lösung schließlich vor allem von uns zu leisten sein wird, gönnen wir uns einen Blick auch auf das Schicksal unserer Partei. Wenn wir uns gelegentlich fragen, ob wir das denn letztendlich schaffen, durchzudringen, Verantwortung zu übernehmen, die Dinge zum Besseren zu wenden. Ja, ich glaube, dass wir das schaffen werden, uns durchsetzen können, politische Wirkung erzielen werden. Denn gegen einen gerechten Widerstand kann sich keine noch so eingebunkerte falsche Politik auf Dauer an der Macht halten. Unser parlamentarischer Kampf gegen eine Politik, die gegen das eigene Volk regiert, ich habe Ihnen viele Beispiele genannt, dieser demokratisch geführte politische Kampf ist gerecht. Und die bemerkenswerte Tatsache, dass unsere Partei gegen einen noch nie dagewesenen Sturm von Ausgrenzung und Verleumdung sich auf einem stabilen Niveau hält, dank der tieferen Vernunft unserer Bürger, ist mir eben doch auch Ausweis unserer gerechten Anliegen. Das verspricht Potenzial für mehr. Bleiben wir deshalb in diesem Widerstand gegen das Unrecht, mit den parlamentarisch-politischen Mitteln, nüchtern argumentierend, den Bürger in der Sache ansprechend. Bleiben wir, was wir sind und sein müssen, die Alternative für Deutschland, die einzige Hoffnung für Deutschland. Ich danke Ihnen. Applaudissements 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 Applaudissements